Hallo auf dem Kanal, heute gelte ich heute in Kirsche im Bolangenstub und Fleck vor. Geh fährt den Komplecken von Fleck neck und nun geh ausse und dann bis kugel. Die folgenden Rode ist der RE 3, unsere Hauptbahnhof über San Wengel, Eger-Obergang, Bad Kreuzunach, Mainz-Hauptbahnhof, Frankfurt-Lufthofen nach Frankfurt-Main-Hauptbahnhof. Ich hole euch mal die Begriffen vom RE-Rei von Out-and-Out und wie Kürkow in der Hohmannstub und die Roulette im Sock. Und nun der Packers Raum. Und das ist die Erke klasse. Die Kamera ist besser, er kann ich auch gar nicht. Wir sehen uns. 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 Wir sehen uns.